Die Partner Pferd in Leipzig. 19 Jahre bereits lockt diese Messe und hochkarätige Pferdesportveranstaltung jährlich 65.000 Zuschauer an. Eine umfassende Expo mit 250 Ausstellern auf 30.000 Quadratmetern Fläche, informative Sonderschauen, unterhaltsame Abendshows, eine Kindererlebniswelt und abwechslungsreiche Vorführungen auf dem Aktionsring kommen an bei den Besuchern über alle Altersgruppen. Das Angebot ist ja für jeden wirklich was. Es ist auf jeden Fall lohnenswert, das hier anzuschauen, weil man kann sich informieren. Es gibt Sachen für den Urlaub. Es ist ein riesengroßes Angebot. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Ich komme jetzt schon seit drei Jahren her. Es ist jedes Jahr wieder Neues dabei. Es bleibt spannend. Ja, das ist leer. Es ist einfach herrlich. Die Pferde sind herrlich und das, was es hier als Angebot gibt, ist herrlich. Einfach wunderschön. Bekannte Reiter da, da schaut man natürlich auch gerne zu. Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde kommen mit dem riesigen Angebot, dem facettenreichen Reitsport und Stars zum Anfassen voll auf ihre Kosten. Shoppen, schauen, staunen, sich informieren und Weltklasse Reitsport erleben. Diese Mischung macht die Partner Pferd zu einem Magneten für alle Pferdefreunde. beginnt nach. bin ich